hallo leute ich habe ja nun jetzt zehn abonnenten ich freue mich richtig weil ich hab jetzt doch noch irgendwie zehn hingekriegt nur leider weiß ich nicht welche beiden mich zurück abonniert also mich abonniert haben ich abonniere immer jeden abonnenten zurück weil ich auch halt wissen will wer es ist und so und ja und es ist jetzt so dass ich nicht weiß wer es ist weil die ihre abos nicht gepostet hat habt also ich würde ich jetzt bitten ihr zwei abonnenten wo ich euch jetzt nicht aufzähle dass ihr in die kommentare schreibt dass ihr mich abonniert hat und ich euch zurück abonnieren kann also abonniert hat mich mh claudin wolf und ist der halber 12 safi 895 wiki müller und ihr laden 1 und 3ma und für 69 ja und dann würde ich bitten unter dieses video in die kommentare zu schreiben ob ihr mich abonniert habt außerdem wäre es lieb von euch leute wenn ihr meine videos gucken würde ich habe jetzt zum beispiel neu er könig mit monster high msp meine msp meine msp ausrufzeichen laguna blue ausrufzeichen horror mein msp 2 und frankie frankie skarshaws mit zapf und halt dieses video und ist sehr nett wenn ihr die videos gucken würdet und jetzt unter den kommentaren schreiben würdet ob ihr mich abonniert habt oder nicht einfach nur schreiben ob ihr mich abonniert habt weil ich euch halt zurück abonnieren möchte wenn ihr aber nicht wollt dass die leute wissen dass ihr mich abonniert habt könnt ihr mir auch eine persönliche nachricht schicken und dann aber nicht ich auch zurück ja das war's ich freue mich schon darauf zu wissen wer mich abonniert hat hat eure mhaut jackie mit IRS mit